. . Oh, jojojojojojojo! O, jajajajajaja! Ist mir doch gerade diese gemisige, tolle, kleine, leckere Saftüte, dem Brunnen, je, fein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Tschüss, mein kleiner Waldkauztrunk! Viel Spaß da unten! Haha! Ich freu mich! So, das wär die... Nutz, da hast du auch Raff dein Säftchen ausgetrunken. Raff, ach so, du meinst den Breitkauztrum. Nee, den hast du doch vorhin mitgenommen. Ach so? Ja. Dann hab ich ihn wohl draußen hingelegt. Ja, geh mal gucken. Zip, 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 geh mal gucken. Hallo, Malte. Hallo. Grüß dich, Malte. Na, du alte Sportskanone, was macht der Fußball? Na ja, in der Freizeit spiel ich manchmal so. Hast du, also nicht im Verein oder so? Nö, ich hab mal früher. Ach so, wo denn HSV? Nee, aber der HSV trainiert hier nebenan so. Und nee, ich hab bei einem Klasse der HSV gespielt. Ach, Wahnsinn. Tore geschossen? Na ja, es geht. Ja, wie? Also ja oder nein? Ja. Das ist doch toll. Aber Malte, was wir beide jetzt machen, wir beide gehen mich jetzt zusammen ins Labyrinth. Weißt du, da hängt diese ganz blöde alten Totenschädel rum. Weißt du ja, wir müssen die Säckchen einpacken und dürfen uns nicht zu sehr verlaufen. Weil das Wasser herkommt. Und ab geht's. So, guck mal, wir müssen da den einmal runterholen und zweimal hoch. Und dann da rüber und hoch. Ja, genau. Los geht's. Mein Lieblingsspiel. So, jetzt wird's doch noch dunkel hier. Na, danke schön, Hexana. Das bei diesen Außentemperaturen. Ist bei euch auch so kalt? So, pass auf, Malte. Oh, da, sechs, sechs. Ja, Springli, Hingli. So, jetzt drücken wir die Acht. Ja, jetzt kommt der Fahrstuhl gefahren. Jetzt gehen wir mit der Eins da rein. Bitsche, Batsche. Und fahren hoch mit der Zwei. Ja, genau. Wir müssen in die Lebensmittelabteilung. Kapunga. Und noch mal mit der Zwei. Zwei hoch. Ja, richtig, genau. Klasse fix. Da, tschu mal, es ist toll, Malte. Und ab geht's mit der Sechs. Da gibt's ab mit der Sechs. Rüber. Weg da. Schädelfix. Mann, 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 die müssen auch mal alles zum Zahnarzt. Bützefette hat doch Parodontose. Ah, drück die Acht, drück die Acht. Schnell, 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 schnell. Nein, nein, es geht ja nicht lang. Nein. Jetzt drück mal die Null. Wo sind wir denn jetzt? Gut, weiter, gib Gas, Null. Kinnensauges, sauerfix. Wo ist es? Acht, 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 acht. Nicht noch die Fahrtrunde. Und nicht bin ich schon wieder. Ah, schweig. Ja, Alter. Drück mal Null. Nochmal Null. Jetzt laufen wir noch in die Richtung. Das ist ja ärgerlich. Rein da. Immer ein. Ach, schweig sechs, 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 sechs. Und jetzt kriegen wir es aus, Hugo. Mensch. Lauf. Jock um dein Leben. Gott, ich spüre schon das Wasser an der Spannspitze. Rüber mit der vier. Ach, das ist ärgerlich. Warte, der Säckchen nimmt man doch mit. Jetzt hoch. Zwei. Ach, Göttchen, Göttchen, Göttchen. Kommt denn, Hugo, gewandert in die blöden Labyrinth. Nein, 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 nein. Bitte, bitte, bitte. Klinglein voll. Die Füße kriege ich hier schon. Ach, 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 ach. Ach, endlich hat es mal geklappt. So. Jetzt ach. Nein. Nein. Zu spät. Wir sind zu weit abgeruht. Malte. Oh. Gott, die Flut. Komm. Und hier kommt der Punkt. Verstand. Hey, goldener Sack. Klasse, wenigstens die da haben wir eingepackt. Was, Malte? Wunder Punkt, Malte. So, und hier ist ein Preis. Hier sind die neuen Stars am Lutscherhimmel. Für alle Star Wars-Fans habe ich das ultimative Überraschungspaket von Chubba Chubs. Denn das Imperium leckt zurück. Oh, toll. Lecker, 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 lecker. Und ab geht's in die Schatzkammer. Punkte verdoppeln oder vierfachen. Ich habe noch ein bisschen was vom Lolli im Mund gehabt. Hm, flotter Lutscher. Ah, die zwei hast du dir ausgesucht. Hey, Malte. Was ist die? 200 Punkte verdoppeln. Malte hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich bin froh, mit dir zu spielen. Viel Spaß beim Lutschen. Tschüss. Tschüss. So, Leute. Du mieser kleiner Lügengnom. Ich habe den Wildkotztrunk gar nicht mit rausgenommen. Nicht? Nein, und ich bin mir sicher, dass du ihn hast verschwinden lassen. Aber gerade wilder Hund und blanker Hohn einen Wildkotztrunk für unseren Gnomen. Und jetzt trinkt. Ich mag aber gar keinen Saft, in dem Spinnenleber drin ist. Du trinkst das jetzt. Ja, okay, aber nur wenn ich jetzt das letzte Endspiel verliere, dann trinke ich ihn aber sonst. Na schön, das verlierst du sowieso. Und dann darfst du zusätzlich noch das Verlies schrubben. Ja, ja, dann schrubb ich da. Ich schrubb dich überall, wie du willst. Von mir aus. Du sollst nicht mich schrubben, sondern das Verlies. Ja, das tut mir auch lieber. Hier ist die Highschool-Liste. Wer steht denn ganz oben? Na, mal schauen. Sebastian, den ruf ich jetzt an. Ja, das Telefon. Und ab geht's. Ja, also, jetzt reden wir mal. Und zwar. Ja, da haben wir nicht mehr. So, Sebastian müsste jetzt schon dran sein. Warte mal drauf, wenn der Sebastian jetzt schon dran ist. Sebastian, wo bist du nur? Kuckuck. Hallo? Sebastian. Hallo. Du alter Gospelsänger. Wir spielen jetzt um das große Finalspiel. Pass auf. Folgendes. Das ist wie ein Schachbrett. Du musst ihn Hugo da rüberschicken. Der muss ihn Schlüssel holen. Und dann muss ich oben links in die Ecke. Da muss ich aufschließen. Muss aufpassen, die Felder, wo die Hexane die Blitze hinschickt. Dann dürfen wir nicht mehr drauf treten. Okay? Ja. Ab geht's. Gib ein saures. Wollen den Superpreis gewinnen. Oh, happy day. Sag ich nur. Los, gib Gas. Acht. Na, acht. Ja. Ja, zurück. Ja. Nichts. Äh, nicht weiter. Weiter. Weiter links. Ja, schön. Genau. Dann noch weiter links. Links. Komm, ganz nah links. Ganz nah links. Ja, nach oben gehen. Ganz schnuckig. Los. Schnucks. Noch ein. Drück. Zwei. Noch mal zwei. Ach. Nicht da hin. Ich hab zwei gesagt. Zwei ist gleich nach der Eins. Das ist nach unten. Das ist leider die verkehrte Richtung. Oh. Ja. Hihi. Ärgerlich. Muss die zwei noch mal. Hoch. Ja. Noch mal. Nein. Nicht da hin. Ich drück doch die zwei. Ach, denen hat das irgendwie nicht funktioniert. So ein Chittyfix aber auch. Mensch, Sebastian. Ärgerlich dich. Ärgerlich dich. Aber es hat Spaß gebracht, mit dir zu spielen. Tschüss, Sebastian. Tschüss. Tschüss. Dir noch viel Spaß. Nee, Hexander. Nee, ne? Los, trink das jetzt. Ja gut, aber du hast noch was anderes vor, oder? Ja, ihr Nasenbrat geht's nämlich dran. Gleich geht's nämlich weiter mit dem legendären Hexander-Club. Bis gleich.